Musik Applaus 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 Es klingt wie ein Gegensatz Das ist das Lokale im Globalen, das Globale im Lokalen, sozusagen ein Unternehmer, der Produkte entwickelt, dass man sich in seinem Nahbereich gut auskennt. Wir haben eine Staatsminister im Auswärtigen Amt, die in die Fremde hinausgeht. Sagen Sie, wie lokal können Sie eigentlich sein bei aller Globalität? Ach, wir können sehr lokal sein, denn wir gehen zur Jugend, wir gehen in die Schulen, auch im Ausland. Wir haben ein Netzwerk von 1.500 Schulen weltweit, wo immer in einer halben Million Schüler sind, die Deutsch lernen, die das deutsche Sprachdiplom ablegen. Wir werben natürlich auch mit Stipendien für Studienplätze im Ausland bei den jungen Leuten hier in Deutschland. Und auch umgedreht laden wir zum Wissenschaftsstandort Deutschland ein, denn eine Aufgabe des Auswärtigen Amtes ist, für das Land der Ideen Deutschland zu werben, für den Wirtschafts- und den Wissenschaftsstandort. Herr Rezatsch, was machen Sie eigentlich? Wir, also, im Unternehmen sind wir ein kleines Start-up-Unternehmen aus Berlin, 25 Leute, sind erstmal lokal, wären gerne global. Das heißt, wir versuchen zu wachsen aus dem Standort Berlin heraus. Ich persönlich bin einer der Mitgründer vom Unternehmen und kümmere mich darum, dass wir aus der Idee eben ein richtiges Geschäft machen und daran arbeiten wir in der Mannschaft. Frau Pieper, Deutschland exportiert sehr viele klassische Produkte wie Autos, Maschinen und dergleichen mehr. Warum eigentlich so wenig Digitales, warum eigentlich so wenig Modernes von der neuen Generation? Na, das stimmt ja nicht. Das Thema Innovation gehört ja auch zu Deutschland, gehört zur Industrie, zu den Branchen, die Sie auch nannten. Die Bundesregierung setzt dafür auch Anreize, dass Unternehmen in Forschung, Entwicklung, Innovation investieren und sein Know-how auch nutzen als Unternehmer. Aber wenn Sie so ins Ausland reisen, dann fahren da immer so viele Unternehmer mit. So einen, der so aussieht wie er oder so, einen habe ich noch nie dabei gesehen. Na, das ist ja nicht unmöglich. Er kann mich gern demnächst begleiten, wenn ich auf Auslandsreisen gehe. Das ist nicht das Problem. Fühlen Sie sich denn genügend unterstützt von der Politik? Sind Sie der Meinung, Sie werden richtig nach vorne, nach draußen geschoben? Also ich freue mich auf die nächste Reise. Der macht keine Gefangenen, der mag es gleich. Bei uns ist es so, dass wir im Unternehmen keine öffentliche Förderung in Anspruch nehmen. Warum nicht? Weil das an zu viele, sagen wir mal, Gegebenheiten gekoppelt sind, die wir gar nicht abdecken können. Also sprich, ganz das Berichtswesen, was alles nötig ist, was man dafür machen kann. Deswegen haben wir unternehmensweit so, was schön neudeutsch Venture Capital heißt, eingesetzt. Es gibt ja einen Wettbewerb von Ideen weltweit und man hat den Eindruck, wir fallen so ein bisschen runter. Ich glaube, es ist auch eine Frage der Netzwerke, dass Politik, Wirtschaft, Journalisten, also Medien und Leute aus der Politik, die auch unterwegs sind, die diese Netzwerke auch ausbauen können, für Unternehmer zusammenbringt. Und da halte ich solche Gespräche, wie sie hier stattfinden, ganz wichtig. Also ich bin ja nicht auf die Idee gekommen, ihn zu treffen. Czerno Jobertay hat uns zusammengebracht. Super. Wenn er die Förderprogramme nicht in Anspruch nehmen will, die natürlich für den Mittelstand insbesondere ausgebaut wurden, sind übrigens, das darf ich auch noch mal erwähnen, innerhalb von vier Jahren jetzt geplant, 12 Milliarden Euro mehr in Bildung und Forschung zu investieren. Allein sechs Milliarden davon in die Forschung. Man spart jetzt nicht an der falschen Stelle, sondern versucht auch Innovationen weiter zu fördern, Start-ups, junge Unternehmen zu fördern, weil davon lebt ja auch unser Land. Warum nehmen die so eine hilfennicht in Anspruch? Das geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf. Also wenn wir jetzt quasi eine öffentliche Förderung mit allem, also ich habe das mal an der Uni gemacht, so für Drittmittelprojekte, alles auch beantragt, ich kenne die Fristen, bis irgendwas kommt, dann wären wir schon lange pleite, bis das Geld da ist. Das heißt, wir brauchen ja jetzt Wachstumskapital, das relativ schnell zur Verfügung steht und an wenig gekoppelt ist. Wobei die Bundesregierung auch die unbürokratische Förderung plant, indem man das, was man in Forschung und Entwicklung investiert, steuerfrei stellt. Das Auswärtige Amt finanziert, glaube ich, so 45, 50 Prozent vom DAAD, Deutschen Akademischen Austauschdienst. Da haben Sie beispielsweise so einen jungen Mann, das fiel mir auf, 1990, haben Sie mit ein bisschen Geld, der kam aus Eppelheim, den haben Sie nach Harvard geschickt als DAAD-Stipendiat, ungefähr zehn Jahre später gewann er einen Nobelpreis für Physik. Und dieser junge Mann, der von vielen, vielen Geld gefördert wird, hat heute auch eine Firma mit einer schrecklichen Webseite, muss man dazu sagen. Aber er arbeitet an MIT, also einer Nobel-Uni in MIT, also rennen uns die guten Leute, die Genies weg, die mit vielen Mitteln gefördert werden. Läuft da nicht was falsch? Was sind die Bedingungen, wie viel Steuern zahle ich hier, wie viel zahle ich in England, was gibt es hier für Gebühren, für Lohnzusatzkosten und daran muss man arbeiten. Das sind die richtigen Rahmenbedingungen für Unternehmen, um hier in Deutschland zu bleiben. Wollen wir mal einen Realitätscheck machen, sind das die richtigen Rahmenbedingungen? Wir zahlen ja noch keine Steuern. Kraus! Nein, das ist so, wir machen natürlich noch keinen Umsatz, weil wir Menschenkapital sind, also Umsatz, aber zu wenig, deswegen bin ich da noch recht entspannt. Sind Sie glücklich, muss sich nichts ändern? Von der Grundlage jetzt auch in Berlin ist es schon gut zum Starten. Wenn ich dann aber ins Ausland wechseln will, sind die bürokratischen Hürden und die ganzen Gesetzestexte, die in europäischem Gesamtzusammenhang stehen, ein bisschen zu komplex. Also wenn man da runtergehen würde, wäre das einfacher. Wie ist es beim Fachkräftemangel? Wir finden niemanden. Es gibt niemanden. Es gibt niemanden für Sales, das heißt wir haben momentan wirklich das Problem, offene Stellen zu füllen. Zehn offene Stellen und wir gucken uns pro Tag irgendwie fünf Leute an. Und es geht trotzdem, also Fachkräfte sind da, aber es ist wahrscheinlich noch nicht so klar, was sie dann hier machen können. Und wenn Sie jemanden aus dem Ausland nehmen wollten, ist das so einfach? Ne, man muss da auch behördlich relativ viel machen. Ja, das ist zum Beispiel, wenn Amerikaner rüberkommen, den Aufenthaltsgenehmigungen. Warum ist das so? Wir wissen alle, wir haben Fachkräftemangel, es gibt einen demografischen Wandel und wir wissen alle, dass die Fachkräfte, die man braucht, wird der heimische Markt nicht decken können. Das ist ja nicht erst seit gestern so. Warum tut die Regierung da nichts, um mal die Frage von dem Mann ein bisschen zu präzisieren? Also der Mann hat sowieso recht, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich von Unternehmen anhört, wo der Schuh drückt. Sonst kann man das auch nicht abstellen, aber die Regierung hat ja gerade das Zuwanderungsrecht erleichtert. Da sind wir jetzt einen Riesenschritt weiter, das wird aus meiner Sicht einen Schub geben. Aber es gibt eben auch Bereiche, wo einfach Leute fehlen, was man auch durch, ich sag mal, Abwerbung von Fachkräften aus dem Ausland nicht so schnell abdecken kann. Zum Glück ist ja Deutschland schon, was die MINT-Fächer, also Mathematik, Naturwissenschaften anbelangt, besser geworden, auch im internationalen PISA-Vergleich. Aber das reicht nicht aus. Ich kann mir hier nicht vorstellen, dass konservative Firmen mehr Zuwanderung sind, aber müssten wir nicht in die Richtung denken? Es ist ja so, dass wir ein Programm auch haben, was direkt auch Wissenschaftler, was Gründer auch einlädt nach Deutschland. Selbst das wird ja heute schon gefördert. Das ist ja komisch, dass sie trotzdem nicht kommen. Und ich glaube, dass wir einfach viel mehr in solchen Strukturen denken müssen, dass es dann nicht nur um die eine Person geht, sondern dass wir eben auch die Familien einladen, die hier arbeiten und leben wollen, dafür eben die Bedingungen schaffen. Aber das wird ja gerade gemacht. Sind wir jetzt schon fit für den Wettbewerb der Ideen oder sind wir richtig fit oder nur so ein bisschen mittelfit oder so ein bisschen überhaupt nicht fit? Wir sind noch nicht da, wo wir hin müssen. Ich glaube, dass gerade in den Schwellenländern, in China, Indien, dass die unheimlich schnell aufholen. Und da muss Deutschland wahnsinnig aufpassen, dass wir nicht an Schnelligkeit verlieren. Dann heißt es immer, am Ball zu bleiben und nicht nachzulassen. Wie fit sind wir? Ich glaube, dass vieles, also das Beispiel USA ist ganz gut, Silicon Valley, da geht man dreimal Bier trinken und hat 10 Millionen. Ist das so? Also wenn man mit einer guten, also vielleicht mal so vom Vergleich her, wenn man mit einer guten Idee kommt und man, also es war zumindest früher so mittlerweile. Aber die Kneipe möchte ich gerne mal kennenlernen, die müssen Sie mir ja mal sagen. Gerne. Dann ist es so, dass man, wenn man Ideen hier präsentiert bei Risikokapitalgebern, früher war das so, wird meistens gesagt, gibt es das schon in den USA, gibt es den Vorläufer. Und das hat gar nichts so viel mit dem Staat zu tun, sondern einfach so vom Mindset, wenn es das noch nicht gab, dann wird es hier in Europa zumindest schwierig, das zu machen, weil das Risiko umso größer ist, in einem kleineren Markt mit so einer Idee zu starten. Ich glaube gar nicht, dass es so sehr, das haben Sie ja auch indirekt gesagt, allein das Geld ist. Ich glaube, dass es das ganze Umfeld ist, was letztendlich dazu beiträgt, dass wir ein Land der Ideen sind. Warum gehen die Leute alle weg, wenn sie nicht zufälliges Glück haben, wenn ein reicher Onkel aus Übersee kommt? Wir reden ja darüber, dass wir so etwas wie einen Gründer-Boom wollen. Wir wollen es aber nicht haben. Ja, ich glaube, dass wir einfach wieder mehr junge Leute brauchen, die auch den Mut haben, eine Firma, ein Unternehmen zu gründen. Dazu gehört aus meiner Sicht auch, dass man so eine Kultur der Selbstständigkeit frühzeitig auch bei jungen Leuten erzieht. So etwas gibt es ja gar nicht. Diese Kultur der Selbstständigkeit in Schulen, so etwas erleben Sie heute nicht mehr. Das trägt auch dazu bei, den Boden fruchtbar zu machen für Unternehmensgründungen. Es ist ein Zusammenspiel aus meiner Sicht von vielen Faktoren und hat nicht allein was mit dem Kapital zu tun. Okay, ich hatte null Ahnung von Unternehmertum. Man lernt nichts in den öffentlichen staatlichen Hochschulen, zum Beispiel die EBS oder die WHU, die kann man auch mal nennen, haben sicherlich in der Ausbildung da positive Sachen, weil die Leute schon zum Unternehmertum hin ausgebildet werden. Fitness. Wie fit ist Deutschland im Wettbewerb der Ideen? Trotzdem drängt sich mir so ein ungutes Gefühl auf, wir sind nicht so richtig fit, wir haben nicht den Oberarm von Schwarzenegger, wenn es darum geht, mit Kalifornien mitzuhalten, mit China mitzuhalten, also mit Südostasien generell. Wie kann man da mehr hinkommen, was kann man da mehr tun? Ich kann jetzt mal ins Wespennest stechen und Selbstkritik üben. Ja, man muss auch mal mit Selbstkritik vielleicht anfangen. Ich halte es zum Beispiel nicht für richtig, zu sagen, wir stecken jetzt Geld in die Investitionen von Familien, die ihre Kinder zu Hause erziehen. Was wir eigentlich tun müssen, ist in die frühkindliche Bildung zu investieren, jedes Talent zu fördern, jedes Kind frühzeitig zu fördern, individuelle Förderung vorzunehmen. Das ist die beste Investition, die man machen kann und dann kommen auch mehr Ingenieure raus. Wie können wir Deutschland fitter machen im Wettbewerb der Ideen? Also frühkindlich kenne ich mich nicht so aus, aber zumindest in den Grundschulen oder in den Schulen schon anfängt, tatsächlich die unternehmerische oder das Denken zum Unternehmer ein bisschen zu fördern. So diese Kultur von einem Fehler, wie man damit umgeht, dass man mal irgendwie auf die Füße fällt oder auf die Knie fällt, dass es nichts Schlimmes ist, dass man mal wieder aufsteht und weitermacht, fehlt tatsächlich noch so ein bisschen. Und wenn ich da halt sehr früh in der Schule schon anfange, es gab ja schon immer Gründerwettbewerbe, Unternehmerwettbewerbe, aber das noch mit anderen Anreizen zu unterlegen, dass vielleicht noch mehr Kinder mitmachen, noch mehr Jugendliche, denen auch die Technik an die Hand gibt. Richtig. Wenn Sie jetzt gleich zurückgehen in den Bundestag, treffen Sie ja sozusagen auch Ihre Kollegen, die da so Merkel und so weiter heißen, dann werden Sie Ihnen wahrscheinlich erzählen, ich kam da gerade von einer Veranstaltung, da waren die Leute irgendwie skeptisch, dass Deutschland nicht fit genug ist für den Wettbewerb. Was sagen Sie denen dann? Was mir wichtig ist, was ich dann sage, ist, Deutschland wird nur fit für den Wettbewerb, wenn wir auch mehr in die Köpfe investieren. Und das hat ja der Bundestag gerade wieder beschlossen. Ja, das ist ja jetzt global einfach auch eine Frage, welche Gelder gezahlt werden können. Und gut, Lebensbedingungen sind in Berlin günstig, Lebenskosten. Aber was können denn die Unternehmen selbst in Deutschland machen? Oder inwieweit ist es da nicht einfach auch eine Marktsache und die staatlichen Handlungsspielräume sind da begrenzt? Also wir zahlen durchaus sehr marktübliche Gehälter, also teilweise auch fast mehr, weil wir versuchen auch, dass wir dadurch Talente anziehen können. Aber was glaube ich ausschlaggebend ist, ist das Gesamtsetting, das man anbietet. Wenn Sie als Unternehmer sagen, Sie brauchen Fachkräfte, gehen Sie in die Schulen, investieren Sie in die jungen Menschen, das rentiert sich und es ist Ihre Zukunft, es ist Ihre Kraft, Ihre Power für die Zukunft Ihres Unternehmens. Das halte ich für außerordentlich wichtig. Kreativität braucht erst einmal die Lust an Freiheit und auch Lust, seiner eigenen Natur gerecht zu werden. Und das ist eine Sache, die fehlt in Deutschland, die ist in den USA oder in Schwellenländern oder auch in Teilen Asien einfach weiter verbreitet. Herr Henkel hat recht, aber mehr Freiheit entsteht nicht durch mehr Kultusbürokratie, das will ich ausdrücklich sagen. Mehr Freiheit entsteht dadurch, indem man den Schulen die Freiheit gibt. Das ist wie in der Wirtschaft, da haben die Unternehmen ja auch die Freiheit und das ist ja auch richtig so, selbst zu bestimmen, wohin sie sich entwickeln, nur die Schulen nicht. Wir reden heute von einer globalen Welt und wir kriegen es in Deutschland nicht hin, dass man vergleichbare Schulabschlüsse und bundeseinheitliche Bildungsstandards hat. Also das ist das Mindeste, was wir erst einmal national schaffen müssen, um auch international mithalten zu können. Wann schätzen Sie denn, dass mehr Kinder als zweite Fremdsprache Chinesisch lernen, anstatt heute Französisch? In welchem Jahr wird das sein? Wird ja heute schon in Berlin angeboten. Es gibt ja auch Schulen, wo man Chinesisch lernen kann, sehr wenig, ich weiß. Aber ich glaube nicht, dass das die Mehrheit der Schulen in irgendeiner nahen Zukunft sein wird, die als zweite Fremdsprache Chinesisch anbietet. Meine Damen und Herren, das war der elfte UDL Digital Talk hier im Basecamp. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank nochmal, Cornelia Pieper, Staatsministerium, ausdrücken, haben Sie bei uns waren. Vielen Dank an Florian Rezert von Dino Mio, vielen Dank Sie bei uns waren. Und wir sehen uns bald wieder. Vielen herzlichen Dank.